die war zu tief die ist zu tief die da ist dahin so erstmal hier das fenster lasse ich offen so dann können wir ihn drinnen noch ein bisschen modieren weil die vorkommen rausholen die hier so alles drin stecken also hier hinten gefällt mir auf jeden fall mit dem sehr sehr großen raum das gefällt mir auf jeden fall sehr 4 4 4 hier müsste dann theoretisch das hier dann so theoretisch schon geil ja mal gucken jetzt machen wir erst mal das wichtigste überhaupt was war noch mal das wichtigste genau die werkbank irgendwo entstellen klark plastersteiner genau acht stück das passt ja gerade so so öfen baue ich eh immer zwei die kamer wie mache ich das denn jetzt so so in der zeit bauen wir hier noch ein bisschen an der höhle weiter du musst weg du musst weg du musst weg wow ok da ist kurz die framerate eingebrochen keine ahnung warum so du kommst weg ist natürlich leicht schief wo aus natürlich ich baue das ganze hier zu einem notausgang zu und setzt den eingang nach oben das ist natürlich eine idee ich könnte auch mal bett aufstellen schlafen gehen noch mal rausgehen und gucken wo könnte ich mir vielleicht auch ein besseres bild davon machen was wir auf jeden fall blau blauchen wir brauchen etwas und zwar brauchen wir mehr cobblestone oder wie es jetzt zu deutsch heißt flechter steil da war kam es dann drunter und ja ich höhle meine welt meistens am anfang so aus mit erde wieder zu ich brauche nämlich einen zweiten ofen klack 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 rein zwei drei vier fünf sechs sieben acht ein ofen rein so gibt mir hier kohle raus da kohle rein da fleisch rein da ei gegen land ach verdammt hätte ja sein können bretter 25 ist auch nicht schlecht können wir nämlich hier hierhin unsere erste truhe packen weil sowas würde ich gerne aufbewahren die erde kann ich mitnehmen die ist ohne unbewandt genau wie die kohle da lassen die feder brauche ich eigentlich nicht die butter brauche ich auch nicht ok lasst uns holz sammeln gehen mal schauen was dabei rumkommt ich denke grafiken da steppe ich immer noch oder ach das ist ja ok gut das sieht so aus als wäre das ein alpha baum schrecklich schrecklich irgendwie sieht die ganze grafik gerade echt schrecklich aus da habe ich irgendwas gründlichst versagt Knochen Knochen Klock 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 Ich glaube ich habe alles raus sollstod ja alles holz rausgefahren gut ähm was zur ok nichts wichtiges gut ich war schon etwas leicht verstört gucken ob wir etwas rauskriegen Setzlinge, ja gut, Setzlinge werde ich, habt ihr auch gerade, Moment, alles klar, ich muss jetzt erstmal, weil es gerade wichtig ist, klack, 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 scheiße, ich habe mich gerade vollends erschreckt und scheiße, 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 ich habe nichts zu essen, scheiße, 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 kommt schon, Doms, 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 auch, okay, boah, jetzt habe ich mich aber gerade, So, hier Notfallration. So, okay. Ja, ich habe mich an die Fressleiste, wie ich sie immer schön nenne, ehrlich gesagt noch nicht gewöhnt. Und ich weiß auch nicht, ob ich es jemals wirklich tun werde, weil es ist schon seltsam, finde ich. So, da musste ich kurz zu mir commuten, sorry. So, und jetzt war da unten Kabel, warum war da unten Kabel? Nein, verkehrte Taste, okay, bauen wir uns mal runter, ist das der Spawner, das wäre natürlich Hardware. So, ist das unser Spawner? Ist da, ja, da ist er da in der Tür. Alles klar. Das ist ein Hintereingang zum Spawner. Hm. Okay, also sind wir auch gar nicht so hoch. Noch mehr Setzlinge. Gucken wir hier mal, ob wir noch Setzlinge haben. Oder Äpfel wären cool. Hm, ne, ist nix. Okay, wo ist die Sonne? Sonne, 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 Sonne. Bist du gerade am Untergehen? Bist du gerade am Untergehen? Es klingt nach Abendmusik. Ich trau mich trotzdem nochmal runter. Ich will da unten noch die Cola abbauen. Ich trau mich nicht runter, ich hab da unten den Creeper und den Samy gesehen. Scheiße, Alter. Fuck. Ist doch zum Kotzen. Okay. Machen wir es am Anfang. So. Gut. Ich muss auf jeden Fall nochmal runter. und dann gehe ich auf der anderen Seite runter. Ich muss nämlich noch Wasser besorgen. Und ich muss mir eine Tür bauen. Aber das ist zweitrangig. Und das ist alles zweitrangig. Hm, 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 hm. Ich hab nämlich hier ne Idee. Ähm, du da. Ich hab kein Holz mehr wo. Nee, aber dafür zehn Holzkohle. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Hab ich Bretter. Jawohl. Nicht Pilz. Bretter. Eins, zwei, drei. Kostet das echt so viel? Scheiße. Nehme ich die. Ja. So. Das nicht. Aber das dahin. Äh. Kriegt man da jetzt drei Leitern raus? Was ist denn, kriegt man da drei Leitern raus? Okay. Ich bin doch nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand, wie es scheint. Hm. Machen wir hier die ganze Eingangskacke auch alles hin. So. Leitern. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Und eine Falltür. Plus. Fackel. Das werde ich auch garantiert sehen. Aber das ist sehr, sehr, sehr praktisch. Also. Ich brauche Holz. Ich brauche so dringend Holz. Schlecht. Ich hätte am Anfang unten, glaube ich, mehr Holz sammeln sollen. Erstmal gucken, ob ich schlafen gehen kann. Kannst du nachts schlafen? Okay. Dann gucken wir mal oben raus. Ab hier. Da ist ein Baum. Da kriege ich Holz. Äh. Mit Holz kann ich dann mehr arbeiten. Das ist am Anfang so übel, wie viel Holz man braucht. Das ist abartig. Ne. Nicht mit der Hacke. Da unten kriege ich mein Wasser her. Okay. Ja, die meisten wissen eh jetzt schon, was ich vorhabe. Ne, war nichts. Nämlich. Unten mir eine Brotfarm machen. Wie immer. Ich habe mir mittlerweile einen sehr einfach strukturierten, äh. Eine sehr einfach strukturierte Art zu bauen, des Bauens angewöhnt. Finde ich jetzt. Okay. Funktioniert noch. Ähm. Da. Ähm. Ich brauche vier Stück. Eigentlich brauche ich nur eins, aber okay. Klack, 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 klack. Jetzt habe ich vier Leiter. Alter. Das ist echt praktisch. Schmeiß doch die Leiter da nicht unten rein. So. Und noch eins tiefer. So. Und hier werde ich jetzt unsere Weitenfarm bauen. Ähm. Indem ich, pfff, wie lange machen wir die denn? Wenn ich jetzt hier lande. Und hier einfach mal die Ostreihe wieder mit abnehme. Ich habe da nämlich so eine eigene Art und Weise. Mmh. Ich kann die ja nachher ausbauen. Ich habe jetzt sechs Samen. Also. 1. 1, 2, 3, nochmal 4. Vielleicht finden wir am Wasserholen noch Samen. Ich glaube, ich habe noch Samen in der Kiste. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ach, egal. Da sieht es freundlicher und offener aus. Aus dem kann ich hier dann Fackeln dranhängen. Und was ganz wichtig für mich ist, ich werde die andere Spitzhacke benutzen. Warum habe ich überhaupt die Holz benutzt? Bin ich doof? Nein, darauf müsst ihr nicht antworten. Ich weiß es. So. Wobei ich hier dann noch so haben möchte. Genau. Und dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Gut, dann fehlt hier Wasser. Oh Gott, es ist Nacht. Ich kann schlafen gehen. Gute Nacht. Unser Eisen war hier drin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eiseneimer. Eimer. Hör mal zu. Hoch, hör mal auf. Hör mal durch. Jetzt mache ich dir wieder zu. Saplings. Ja, Baumfarm. Ja, ich bin nicht gut in Baumfarm. Ich bin in Minecrafts allgemein nicht gut, wenn man das sagen kann. Da ich sehr, sehr unkreativ bin und meine Roterpilzgebäude meist gleich aussehen. dann geben die Baarew vamos zum Beispiel zum Beispiel. Und ich bin nicht gut.